Sichern. Schütze dich und die verletzte Person vor Infektionen. Prüfen. Erkenne hier auch Schwindel und Unwohlsein als Zeichen von lang andauerndem Nasenbluten. Rufen. Verlange nach Hilfe und informiere die Profis. Lagern. Hilft der Person, das Blut aus der Nase herauslaufen zu lassen und sich hinzulegen. Wird so viel Blut geschluckt, kann sich eine starke Übelkeit entwickeln. Kühle den Nacken, um den Blutfluss zu vermindern. Temperaturregeln. Wärme hier die Person. Betreuen. Sprich über deine Maßnahmen und wie sie helfen. Für genauere Informationen und weitere EH-Tutorials gehe auf erstehilfe.de Erstehilfe.de Erstehilfe.de